Julius Henry Poincare, PWKE, war ein bedeutender französischer Mathematiker, theoretischer Physiker, theoretischer Astronom und Philosoph. Leben Poincare wurde als Sohn von Leon Poincare, einem Professor für Medizin an der Universität Nancy und dessen Frau Eugénie Launeus, geboren. Er war ein älterer Cousin des späteren französischen Präsidenten Raymond Poincare und des ebenfalls als Physiker wirkenden Lucien Poincare. Poincare besuchte das Lyceum in Nancy, studierte ab 1873 Mathematik an der Ecole Polytechnique und setzte seine Studien an der Elite-Hochschule Ecole des Mainz unter Charles Hermite fort. Er arbeitete zunächst als Bergbauingenieur und ging dann als Mathematikdozent an die Universität 10. Allerdings setzte er seine Tätigkeiten im Bergbauwesen als Mineninspektor Zeit seines Lebens fort. Seine Anwesenheit und anschließende Untersuchungstätigkeit bei einem Minunglück in Magny im Jahr 1879 hinterließ tiefe Eindrücke und beeinflusste wohl auch sein Denken. Über seine Schwester Aline bekam er Kontakt zu philosophischen Zirkeln. Sein Schwager Emile Boudrou unterhielt ebenfalls regelmäßigen Kontakt zu seinem Kollegen Auguste Kalinon. Bereits zwei Jahre nach seinem Doktorat wurde Poincare 1881 zum Ordinarius für Mathematische Physik an die Sorbonne in Paris berufen. Die Professur hatte er bis zu seinem Tod 1912 inne. Er war Mitglied und zeitweise Leiter des Büro des Longitudes in Paris. An dieser französischen Institution zur genauen Zeit- und Längenbestimmung befasste er sich mit der internationalen Synchronisierung der Weltzeit und deren Bezugssystem. Für diese Aufgaben wurde erst viele Jahrzehnte nach seinem Tod um 1970 ein eigener internationaler Dienst gegründet, der später in den globalen Erdrotationsdienst JRS überging. Poincare kann damit als einer der geistigen Gründerväter dieser Institution gelten, die U.A. über die Einführung einer Schaltsekunde zu beschließen hat. 1887 wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Er nahm im französischen Wissenschaftsbetrieb eine herausragende Stellung ein und galt international als einer der führenden Mathematiker in den 1890er Jahren und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1886 und 1900 war er Präsident der Societe Mathematique de France. Seine Publikationstätigkeit umfasst mehr als 30 Bücher und zahllose wissenschaftliche Schriften. Er fungierte auch als Herausgeber einiger elektrotechnischer Zeitschriften. Poincare war mit Luise Poulain-Dannissi verheiratet, die sieben Jahre älter als er war. Ihre beider Grab ist im Siemettire Montparnasse zu finden.